Prävention Guten Tag, ich bin Prof. Josef Aldenhoff. Wir sprechen heute über Prävention. Als Psychiater, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler ist das für mich ein ganz besonders interessantes Thema. Denn der Ort der Prävention ist letzten Endes unser Gehirn. Es ist einfach ein Unterschied, eine Erkrankung in der Frühphase zu erfassen und diagnostizieren zu können, bevor sich der ganze Organismus, bevor ich mich in meinem ganzen Erleben auf diese Erkrankung eingestellt habe und früh einzugreifen. Abgesehen davon muss man auch sagen, dass der Aufwand einer präventiven Maßnahme letzten Endes sehr viel geringer ist als eine akutmedizinische Maßnahme und Prävention bringt mir selber persönlich was, weil ich aktiv etwas für meine Gesundheit tun kann. Die Prävention seelischer Probleme, seelischer Störungen ist mindestens genauso wichtig, weil die seelische Störung zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt gehören. Wenn man wissen will, ob jemand so ein Problem hat, dann stellt man ihm Fragen, dafür gibt es Fragebögen, dann macht man eine Analyse und fragt nach bestimmten Problemen in einer bestimmten Lebensphase. Und daraus kann man entsprechende Rückschlüsse ziehen. Es ist ein Aufklärungsproblem. Also um dieses Beispiel zu nehmen, was ja auch oft in der Presse ist, die Sache mit dem Darmkrebs. Sie können Darmkrebs mit einer wirklich einfachen und kaum beeinträchtigten Untersuchung der Koloskopie ausschließen. Und die Männer müssen eben jetzt informiert werden, was der Gewinn einer solchen Maßnahme ist, im Vergleich zu den Nachteilen, die man wirklich vernachlässigen kann. Was wir glauben, ist, dass die Tendenz, an solchen Krankheiten zu leiden, zunimmt, je älter man wird. Älter werden bedeutet also, die Potenz zu erkranken. Und gleichzeitig gibt es aber die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Und das hat man früher überhaupt nicht gemacht. Diese positive, aktive Einstellung dem Alter gegenüber, die gleichzeitig eine präventive Wirkung hat, die ist etwas Neues. Das Ziel ist ja, dass man mit Lebensqualität altert. Und das setzt aber voraus, dass man einen entsprechenden Trainingszustand hat. Das Nachhaltigste, was man machen kann, Bewegung in jeder Form. Nun wird das nicht jeder tun. Dafür braucht man Anleitung, dafür braucht man Hilfestellung. Und insbesondere brauchen Sie, wenn Sie mit einem Bewegungstrainingsprogramm anfangen, müssen Sie vorher wissen, dass zum Beispiel Ihr Herz gesund ist. Und deswegen bieten wir integrierte Check-up-Programme ein, wo wir über all diese Faktoren informieren und dann auf der Grundlage dieses Ergebnisses ganz konkret ein entsprechendes Präventionsprogramm vorschlagen. Bei Präventionsprogrammen ist es ganz ausschlaggebend, dass man die nicht von der Stange kaufen kann, also ein Programm für alle, sondern dass man die individuell für die individuellen Bedürfnisse, und die kann man bei einem Check-up ermitteln, zuschneidet. Und dann aber auch für die individuellen Neigungen. Das Ganze soll ja auch noch einen gewissen Lustgewinn mit sich bringen. Und dementsprechend kann man beraten. Es kann durchaus sinnvoll sein. Dafür bieten wir auch ganz konkrete Ansätze, ins Fitnessstudio zu gehen, mit bestimmten Geräten sich vertraut zu machen, weil man dadurch einfach eine Aktivierung erreicht, die man auf andere Weise gar nicht erreichen kann. Also die meisten würden ja widersprechen, wenn man sagt, man braucht ein Präventionsprogramm ab 45 oder 50, weil die meisten sagen, da bin ich ja noch gar nicht alt. Das ist auch richtig. In dem Alter erlebt man sich heutzutage nicht als alt. Aber es wäre sehr vernünftig, in diesem Alter bereits anzufangen, etwas zu tun. Wir sind hier dabei, in einem Team uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und ein gutes und entsprechendes Präventionskonzept zu entwickeln. Es ist überhaupt ein Merkmal unserer Arbeit hier bei Prénovus, dass wir uns stark wissenschaftlich orientieren, dass man nicht einfach nur mit irgendwelchen Kochrezepten arbeitet, sondern dass man schon auch versucht, evidenzbasiert zu gucken, was sind die neuesten Arbeiten, gibt es einen Wandel in den Maßnahmen, die wir finden wollen.